Angenommen, es bricht ein Virus am anderen Ende der Welt in China aus. Angenommen, es kommt sogar aus einem Labor. Und angenommen, wir wissen es nicht und keiner weiß, wie schädlich dieser Virus eigentlich wirklich ist. Wenn du Gesundheitsminister bist in deinem Land und du hast die Daten zur Verfügung, du siehst, dass da ein ganz großes Fragezeichen auf dem Blatt Papier steht, was sagt, nicht hier sterben die ganze Zeit Leute, du musst jetzt sofort handeln, sondern es ist ein großes Fragezeichen. Dann gehst du doch nicht her und kaufst die ganzen Impfungen in so großen Mengen ein, wo auch ein großes Fragezeichen auf dem Blatt steht, in Sachen Wirksamkeit, in Sachen Verantwortung und sagst dann, okay, wir haben ja eine Krankheit mit einem großen Fragezeichen, wir haben eine Impfung mit einem großen Fragezeichen, lass uns da jetzt ein Ausrufezeichen draus machen und sagen, das ist die Lösung dafür. Für eine Krankheit, wo wir nicht wissen, wie schädlich sie ist, für eine Impfung, wo wir nicht wissen, wie effektiv sie ist, da machen wir jetzt statt die ganzen Fragezeichen, die machen wir weg, wir machen ein Ausrufezeichen, das ist die Lösung dafür. Das ist der einzige Weg, wie wir das machen können. Jeder, der das nicht macht, schwarz-weiß denken, das ist hier das Kritischste an dem Ganzen. Jeder, der das nicht macht, das Böse, der trägt dazu bei, dass dieser tödliche Virus weitergetragen wird. Deine Großeltern sterben wahrscheinlich wegen den Leuten, die in deiner Schule nicht geimpft sind. Also dieses Hetzen hin und her mit dem Finger zeigen, obwohl diese Person, man kann wirklich zu den ganzen anderen Menschen, die nochmal drunter liegen, kann man vielleicht noch sagen, vielleicht war der Wissensstand nicht ausreichend. Aber der Gesundheitsminister, der weiß, dass da auf beiden Blättern ein Fragezeichen steht und entscheidet sich trotzdem für das Ausrufezeichen. Das ist die Fragezeichen. Das ist die Fragezeichen. Das ist die Fragezeichen.